Ich habe natürlich auch von Erfolg gesprochen. Na geht das ihm doch nicht, man ist interessiert und so weiter. Das geht ihm doch nicht. Und hört echt damit auf, als wäre es sogar schüchtern. Bis hin natürlich, ich bin der harte Typ, was soll das wirklich und ich soll mich sogar durchsetzen und so weiter und das hat mitunter wenig Sinn und hört echt damit auf, als wäre es sogar schüchtern. Mh mh mh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.